His Excellency Enrique Peña Nieto. In diesem Jahr sind mehr als 5000 Aussteller aus 75 Ländern nach Hannover gekommen und ganz besonders freuen wir uns natürlich über Mexiko als Partnerland nach Mexiko. Er soll einmal gesagt haben und ich möchte ihn zitieren, Mexiko ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in Lateinamerika. Das bilaterale Handelsvolumen ist letztes Jahr auf über 20 Milliarden Euro angewachsen. Das ist ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2018 ist eröffnet. Herzlichen Dank.